Bonjour et salut! Heute erkläre ich euch, wie ihr die Frage mit Pourquoi eske benutzt und auch wie ihr darauf antwortet. Zunächst aber eine kleine Wiederholung der Frage mit Eske überhaupt. Bist du in der Sixième? Auf diese Frage kann man mit zwei Möglichkeiten antworten. Entweder Das heißt, es geht hier um Fragen, auf die ihr mit Ja oder Nein antworten könnt. Da steht immer Eske dabei. Ihr könnt die Frage aber auch genau so stellen, tu es in Sixième? Das könnt ihr tun, wenn ihr sprecht mit jemandem. Sobald ihr schreibt oder auch etwas gehobener Niveau sprechen wollt, setzt ihr das Eske davor. Jetzt zur Satzstellung. Am Anfang steht immer Eske an der ersten Stelle. Eske wird nicht übersetzt, es heißt einfach nur, dass es sich um eine Frage handelt. Ihr seht in der deutschen Frage, bist du in der Sixième, gibt es keine Entsprechung für Eske. Es ist wie ein Fragezeichen, nur steht es noch vorne dran. Also Eske steht immer am Anfang. Dann folgt an zweiter Stelle im Satz das Subjekt. Das ist hier Ty. An dritter Stelle folgt das Prädikat. In dem Fall E. Und an vierter Stelle folgt dann entweder ein Objekt oder eine Ergänzung und hier en Sixième. Das heißt, ihr habt die normale Satzstellung eigentlich wie im Aussagesatz und setzt Eske einfach davor. Ihr könntet den Satz genauso gut als Aussage formulieren, tu es en Sixième, du bist in der Sixième. Geht ihr hinten mit der Stimme hoch, tu es en Sixième, habt ihr die Intonationsfrage und setzt ihr noch ein Eske davor. Eske tu es en Sixième, habt ihr die Eske-Frage. Ihr müsst also an der Satzstellung vom Aussagesatz her nichts verändern. Nun etwas Neues. In der Lektüre ist euch das vielleicht schon begegnet. Und zwar hier auf der Seite 2, Page 2. Schauen wir uns diesen Satz genauer an. Wir haben hier Pourquoi, Warum und die Antwort mit Parce-Que. Zunächst zu der Frage. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? Findet ihr auf der Seite 4. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? Fragezeichen. So sieht der Satz aus, wenn wir ihn mal auseinanderdröseln. Wir schauen uns die Satzstellung an. Pourquoi setzen wir jetzt mal an die nullte Stelle, weil wir ja gesagt haben, Eske steht immer an erster Stelle. Ihr habt hier wieder das Eske, an zweiter Stelle das Subjekt L und an dritter Stelle das Prädikat, in dem Fall ein verneintes Prädikat, Narifpa. Und vergesst bitte das Fragezeichen nicht, viele von euch lassen oft die Satzzeichen einfach weg. Was muss man jetzt hier noch beachten? Also, Pourquoi steht immer noch vor Eske. Und bei dem Eske, achtet drauf, eigentlich heißt es ja Eske. Aber wenn das Subjekt, wie jetzt hier bei uns, L, mit einem Vokal anfängt, dann wird aus dem Q das Q-U-Apostroph, damit man es besser aussprechen kann. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? Also, ihr nehmt einfach die Frage mit Eske und setzt das Pourquoi noch vorne dran. Gar nicht schwer, oder? Wie könnt ihr jetzt auf eine solche Frage antworten? Nehmen wir wieder unseren Satz. Moi, je regarde aussi souvent la rue. Pourquoi? Parce que Clara n'est pas encore là. Hier seht ihr, man kann das Pourquoi auch ohne irgendeinen Satz benutzen. Einfach nur Warum? Pourquoi? Das ist natürlich überhaupt kein Problem. So, die Antwort da drauf. Dröseln wir den Satz auch mal wieder auf. Parce que, elle, also hier Clara. N'est pas encore là. Am Anfang eures Satzes steht das Parce que. Weil. Dann kommt das Subjekt, elle, oder hier in der Lektüre Clara. Und dann das Prädikat. N'est pas encore là. Là ist hier die Ortsergänzung. Und wir haben hier auch wieder ein verneintes Prädikat. N'est pas. Also, ihr seht, es ist so ähnlich wie bei der Frage. Ihr habt Subjekt, Prädikat, Objekt oder Ergänzung. Und ihr setzt das Parce que davor. Man kann natürlich das auch andersrum machen. Man kann sagen, je regarde souvent la rue parce qu'elle n'est pas encore là. Ich schaue oft auf die Straße, weil sie noch nicht da ist. Dann setzt ihr das einfach hinter den anderen Satz. Das geht auch. Achtet auch bei Parce que, genauso wie bei Es que darauf, wenn das folgende Subjekt mit einem Vokal beginnt, wie hier L mit E, wird aus dem Parce que das q'u', damit man es besser aussprechen kann. Parce que n'est pas encore là. Merke also, auch hier ist die Satzstellung wie im Aussagesatz. So, ich hoffe, diese Erklärungen waren für euch verständlich. Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das entweder im Buch unter dem Abschnitt Repair nochmal nachlesen oder ausführlicher in eurem grammatischen Heft, in diesem kleinen Heftchen auf der Seite 27, dem Paragraph 27. Viel Erfolg beim Arbeiten!